So, jetzt habe ich hier auch mal ein kleines Video gestartet. Leider hat dadurch die Soundaufnahme noch nicht funktioniert. So, ja, das war noch zu BF-BC2-Zeiten. Einer meiner letzten Kills in BF-BC2 war mein lieber Freund Gugi. Und das musste ich doch mal festhalten, weil es gar so schön war. Ja, da hinten habe ich noch irgendwo Sniper rumhocken sehen, versucht da ständig mit einem Granatwerfer den Sniper da hinten down zu kriegen. Hat leider nicht funktioniert. Ja, habe es dann auch irgendwann aufgegeben, nachdem ich da hinten überhaupt nichts erwischt habe. Und dann kommt meine Lieblingsszene, meine letzte Lieblingsszene im BF-BC2. So, nochmal schnell nachladen hier, alles auffüllen, nachschauen, welchen Platz ich bin. Und dann schaue ich rein und wer ist da? Gugi, ja. Und wen treffe ich? Jawohl. Ganz schön knapp, aber ein Kopftreffer war es denn doch noch. Und ja, er ist tot. Der kleine Wuki, der Gugi. Ja, dann noch in die Massen da hinten reingeballert, nicht wirklich was erwischt. Und dann war die Runde leider eh schon zu Ende. Ja, das war eine meiner ersten Testvideos. Das hat anscheinend ganz gut funktioniert, bloß mit dem Sound. Das habe ich jetzt auch noch hinbekommen. Die zukünftigen werden auch mit Gamesound sein. Ja, schauen wir mal, was dann auch so kommen wird. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020